Ja, dieser Ball liegt einfach viel zu weit von der Fahne entfernt, um eine hohe Wahrscheinlichkeit zu haben, den nächsten Putt einlochen zu können, um einfach viele Pass oder viele Bogeys retten zu können. So wird ein guter Score einfach schwierig. So viele Golfer berichten mir auch, dass sie mit ihrer Annähung eigentlich immer zu kurz bleiben. Dafür gibt es auch einen klaren Grund. Der ist natürlich nicht ganz so einfach, dass man einfach nur etwas fester schwingen muss. Allerdings ist sich so gut wie kein Golfer über die wahre Ursache wirklich im Klaren, denn sonst würden sie einfach nicht immer deutlich zu kurz bleiben. Genau diesen unbekannten Grund besprechen wir jetzt und dann auch einen Test oder eine Übung, mit der du sicherstellen kannst, dass deine Annähungsschläge immer bis zur Fahne rollen. Lass uns loslegen. Für die Distanz bei Annähungsschlägen haben wir zwei entscheidende Einflussfaktoren. Der erste Faktor ist die Geschwindigkeit des Schlägerkopfes im Treffoment. Und der zweite Faktor ist dann die Energieübertragung, die der Ball bekommt im Treffoment. Die Schlägerkopfgeschwindigkeit wollen wir primär über den Schwungumfang, über die Länge des Schwunges steuern. Natürlich könnten wir auch bei gegebenem Schwungumfang schneller oder langsamer schwingen, aber das ist extrem schwierig wiederholbar zu machen und es wird auch schwierig dabei gleichzeitig noch einen guten Kontakt herstellen zu können. Wir wollen also einen gleichbleibenden Rhythmus haben und die Geschwindigkeit steuern, indem wir den Rückschwung und die Länge des Durchschwungs entsprechend anpassen. Die Energieübertragung bei einem gegebenen Schläger ist einerseits abhängig von dem Loft im Treffoment, also dem Neigungswinkel der Schlagfläche nach oben. Wenn wir zum Beispiel die Schlagfläche öffnen, dann wird auch gleichzeitig der Loft erhöht. Der Ball erhält also eine geringere Energieübertragung. Würden wir beispielsweise die Schlagfläche eher schließen, reduzieren wir damit auch den Neigungswinkel nach oben, den Loft. Der Ball geht also flacher los mit einer höheren Energieübertragung und wird dementsprechend auch weitergehen. Der nächste ganz wichtige Punkt ist, wo wir den Ball auf der Schlagfläche treffen. Für uns jetzt primär die vertikale Ebene. Je weiter oben ich den Ball auf der Schlagfläche treffe, desto weniger Energieübertragung erhalte ich. Je weiter unten ich den Ball auf der Schlagfläche treffe, desto mehr Energieübertragung erhalte ich. Wenn ich den Ball besonders weit unten auf der Schlagfläche treffe, erhalte ich eine besonders hohe Energieübertragung und in unserem Fall bei den Annäherungsschlägen jetzt eine unerwünscht hohe Energieübertragung. Das sind nämlich dann die Bälle, die zu flach gehen, aber eben auch viel zu schnell von der Schlagfläche losgehen und deutlich über die Fahne oder sogar deutlich über das Grün hinausschießen. Dieses Ergebnis kennen wir leider alle. Die Problematik besteht darin, dass die allermeisten Golfer nach so einem Fehlschlag nicht die richtigen Rückschlüsse ziehen. Wenn einem sehr guten Golfer so einen Fehlschlag passiert und das kommt durchaus auch vor, wird er allerdings sofort für sich abspeichern, okay, ich habe gerade den Ball viel zu weit unten auf der Schlagfläche getroffen und ich muss bei meinem nächsten Chip also versuchen, den Ball nicht mehr zu weit unten auf der Schlagfläche zu treffen. Die allermeisten Golfer werden allerdings eben einfach gar keine Rückschlüsse ziehen und in der nächsten Situation, wenn man wieder so einen Annäherungsschlag hat, einfach vorsichtiger agieren, weil sie einfach nicht mehr dieses Ergebnis haben wollen, was ja auch wirklich unangenehm ist, wenn der Ball vielleicht sogar im schlimmsten Fall über das Grün hinaus in einen Bunker oder ähnliches schießt, dann wird man allerdings eben dadurch vorsichtiger, indem man den Schwungumfang reduziert. Also man reagiert letztlich mit einer Änderung der Geschwindigkeit, obwohl eigentlich das Problem war, dass die Energieübertragung nicht passend war. Und genau jetzt hat man eben die Grundlage dafür geschaffen, dass jeder gut getroffene Ball oder nicht sehr dünn getroffene Ball viel zu kurz bleibt. Die dünn getroffenen haben eine viel zu hohe Energieübertragung und man versucht jetzt eben so langsam zu schwingen, dass diese viel zu hohe Energieübertragung im Treffmoment trotzdem zu einem Ergebnis führt, wo der Ball eben nicht viel zu lang geht. Dementsprechend wird jeder Ball, der nicht total dünn getroffen ist, nicht viel zu weit unten, sondern eben durch einen besseren Treffer eine niedrigere Energieübertragung hat, diese Bälle werden dann immer zu kurz bleiben. Ich möchte dir nun den Effekt dessen demonstrieren, wie deutlich die Distanz des Annäherungsschlages ausfallen wird, wenn ich ihn auf unterschiedlichen Stellen auf der Schlagfläche treffe. Ich werde ganz bewusst versuchen, genau den gleichen Schwungumfang durchzuführen, genau den gleichen Rhythmus, also die Geschwindigkeit exakt gleich zu lassen, nur den Ball unterschiedlich auf der Schlagfläche zu treffen. Ich werde erst versuchen, den Ball mittig genau im Sweetspot zu treffen und dann erstmal ein ganz kleines bisschen unterhalb des Sweetspots, dann noch mehr unterhalb des Sweetspots und ganz weit unten und wir gucken uns an, wie unterschiedlich die Distanz ausfällt. Ich fange mal an mit dem mittig getroffenen Ball. Nun der ganz leicht unterhalb des Sweetspots getroffene Ball. Ja, wir sehen wenige Meter weiter, vielleicht zwei, drei Meter. Der Ball ging auch minimal flacher eben los, weil ich ihn weiter unten auf der Schlagfläche getroffen habe. Gehen wir nun über zu leicht noch weiter unten auf der Schlagfläche getroffen. Man hat es am Kontakt gehört, man hat es gesehen, der Ball ging noch mal flacher los, hatte weniger Spin, rollte mehr aus und jetzt haben wir schon bestimmt sechs Meter Unterschied zu dem ersten gut getroffenen Ball. Nun versuche ich noch einen Groove weiter unten zu treffen. Wir nähern uns schon dem Volltop an. Gucken wir uns mal diese Distanz an. Oh ja, der müsste noch mal deutlich weiter gehen. Man sieht ja schon, wie viel flacher der Ball auch wieder losging und ja, interessanterweise ist es, naja, der ist jetzt noch mal vier, fünf Meter weiter als der letzte und ja, du siehst schon, wie unterschiedlich hier die Distanz ausfallen kann bei genau gleicher Geschwindigkeit. Nun fehlt noch der Ball, den ich komplett unten auf der Schlagfläche treffe, also wirklich toppe. Gucken wir mal, was mit dem Ball passiert. Okay, der wird glaube ich nicht mehr auf dem Grün zum Halten kommen. Nein, der läuft. Vielleicht hat er hinten im Rough gebremst. Im schlimmsten Fall ist der jetzt hinten im Bunker. Hier sehen wir das Ergebnis noch mal von näher dran. Der getoppte Ball liegt da hinten im Rough. Klammern wir den vielleicht sogar mal aus, dann haben wir trotzdem über zehn Meter Differenz zwischen dem ersten und dem letzten Ball und das war ja wirklich ein eher kleiner Annäherungsschlag. Hätte ich eine größere Distanz beim Annäherungsschlag gewählt, wäre diese Diskrepanz sogar auch noch größer ausgefallen. Und hier haben wir eben die Erklärung, man möchte einfach nicht, dass der Ball viel zu weit über die Fahne geht, möchte auf jeden Fall verhindern, dass er übers Grün schießt und dementsprechend wird man seine Geschwindigkeit so kalibrieren, dass dieser hintere Teil der Bälle eher nah an der Fahne liegt oder nicht viel zu weit geht. Dementsprechend wird der vordere Teil der Bälle, die eher gut getroffen sind, viel zu kurz bleiben. Ganz viele Golfer sind sich dessen gar nicht bewusst, dass eigentlich ganz viele ihrer Annäherungsschläge dünn getroffen sind, einfach weil so viele ihrer Schläge dünn getroffen sind, dass sie daraufhin ihr Gefühl für normal ausgeprägt haben. Allerdings ist es extrem wichtig, das wirklich differenzieren zu können, weil nur so können wir eine konstante Längenkontrolle erreichen. Ein dünn getroffener Ball wird einfach anders vom Schlagfläche losfliegen, sich anders anfühlen, anders anhören. Es ist extrem wichtig, das differenzieren zu können. Genau dabei hilft uns nun folgende Übung. Ich habe ein Vierk aufgebaut mit Hilfe von Tees von den etwa anderthalb Meter Länge, anderthalb Meter Breite. Meine Aufgabe ist nun, fünf Bälle in Folge Carry, also im Flug, in dieses Viereck zu bringen. Der Ball muss zum ersten Mal im Vierk aufkommen und dann ausrollen und zwar alle fünf Bälle auch nur mit einem Abstand von anderthalb Meter Distanz zueinander. Nur wenn mir das gelingt, habe ich diese Aufgabe geschafft. Wie weit dann die Bälle ausrollen, das ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist nur, dass sie eben alle gleich weit ausrollen, denn wenn das sichergestellt ist, dann wird es mir extrem einfach fallen, mein Gefühl für die Geschwindigkeit entsprechend anpassen zu können. Ich würde dich bitten, diese Übung mit einem Sunwedge oder einem Gapwedge durchzuführen, einfach weil es damit ein wenig schwieriger ist. Wenn wir es mit einem Eisen 7, Eisen 8, Eisen 9 machen würden, geht natürlich auch. Es ist ein bisschen einfacher, wenn du auf dem Platz gerne mit diesen Schlägern schippst, dann ist das völlig in Ordnung, aber es macht immer total Sinn, uns im Training in eine eher schwierige Situation zu bringen, wo wir einfach wirklich uns verbessern müssen. Auf dem Platz können wir gerne das machen, womit wir eben den besten Score spielen. Lass uns nun diese Übung einmal durchführen. So sollte das dann in etwa aussehen. Du siehst, alle fünf Bälle sind Carry in das Viereck geflogen und mit weniger als anderthalb Meter Abstand Gesamtdistanz. Und das ist eben nur möglich, wenn ich eine konstant gleiche Energieübertragung hatte, indem ich den Ball eben immer sauber getroffen habe. Und darauf kann ich dann auch wunderbar meine Geschwindigkeit hin kalibrieren. Du kannst sehr gerne diese Übung leichter und schwieriger machen, indem du das Viereck kleiner und größer machst und eben weiter von dir wegnimmst und näher dran bringst. Ich bin mir sicher, alleine diese Übung wird dir extrem dabei helfen, deine Treffqualität zu verbessern und dementsprechend deine Längenkontrolle deutlich zu verbessern. Wenn du allerdings zu große Probleme bei der Erreichung der Zielvorgabe hast, dann solltest du ein paar technische Maßnahmen zusätzlich ergreifen. Wenn du unsere persönliche Unterstützung nicht nur bei der Technik des kurzen Spiels, sondern auch bei der Technik des langen Spiels haben möchtest, dann kannst du dich sehr gerne für das kostenlose Analysegespräch eintragen. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Wenn du weiterhin sehr viele dünne Treffer hast, das bedeutet eben den Ball zu weit unten auf der Schlagfläche triffst, das bedeutet wiederum der Schläger ist im Treffmoment eben zu hoch, zu weit weg vom Boden. Das sind dann die Schläge, die zu flach gehen, unkontrolliert weit ausrollen. Dann solltest du beim Probeschwung dafür sorgen, dass du viel mehr den Boden triffst, also viel näher am Boden bist mit dem Schläger im Treffmoment, schon wirklich fast ein kleines Divid raus schlägst oder eben wie du siehst hier sehr sehr deutlich den Rasen triffst. Dich also kalibrierst im Treffmoment näher am Boden zu sein und dieses Gefühl auch an den Ball überträgst und du wirst merken, die dünnen Treffer hören sofort auf. Was dann noch passieren kann, ist, dass du zwar den Boden triffst, aber eher zu weit rechts aus der Sicht am Ball stehend als Rechtshänder zielentfernt auf der Seite, dann wirst du natürlich auch keine gute Lenkkontrolle erreichen können. Dann musst du dafür sorgen, dass du in der Ansprechhaltung die Ballposition ganz leicht rechts der Mitte hast, die Hände auch beim Chippen ja gerne etwas vor dem Ball nimmst. Dafür sorgst du, dass dein Gewicht gerne etwas nach links kommt, aber primär indem deine Nasenspitze und dein Brustbein sich links des Balles anfühlen. Nicht so sehr die Gürtelschnalle, vielmehr Brustbein und Nasenspitze. Der linke Fuß steht breit genug und ist ein wenig nach außen gedreht, damit wir auch im Durchschwung unser Gewicht noch besser nach links verlagern können. Wenn der Fuß sehr eng steht und nicht aufgedreht, dann komme ich mit meinem Gewicht nicht nach vorne in Richtung Ziel und ich treffe zu früh den Boden. Ich muss noch dafür sorgen, dass ich eben über diesen passenden, über diese passende Ansprechhaltung das Gewicht auch besser nach links verlagere. Wenn es mir dann zum Schluss noch gelingt, den Winkel zwischen dem rechten Unterarm und dem Handrücken zu halten, nicht zu stark über zu überstrecken, dann ist absolut sichergestellt, dass ich auf der aus meiner Sicht linken Seite des Balles den Boden treffe.